Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Hatzl und wie ihr seht, ich bin mal wieder unterwegs in meiner roten Kommandozentrale. Ich möchte hier den Greisel bestreiten. Jawohl, rausfahren, souverän gemacht. Ich bin unterwegs und habe da so ein paar Themen, wo ich ein bisschen ansprechen möchte. Zum einen der Alex vom Kanal Porn4Gamers, der hat jetzt diese Woche den Partnervertrag bekommen bei Hitbox. Wir haben einen riesengroßen Daumen nach oben, hast du auch redlich verdient und vielen, vielen Dank nochmal auch an dich, Alex, für den tollen Livestream am Dienstag, den wir zusammen gemeinsam bestreitet, bestritten haben, bestreitet, bestritten, bestritten, genau, bestritten haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich dann auf die nächsten Livestreams, die zusammen wir dann bestreiten werden, so, Deutsch für Anfänger. Ja, was war noch? Heute habe ich Post bekommen. Da muss ich auch mal ganz dickes Lob aussprechen an den Razer-Shop. Ich habe mir die neuen Hammerheads bestellt, oder Hammerheads, die in ihr Kopfhörer. Erstmal einen supergeilen Preis, sogar günstiger als bei Amazon, muss ich mal sagen. Dann eine schnelle Lieferung. Und über die Qualität brauche ich überhaupt kein Wort zu verlieren. Sie tragen sich sehr geschmeidig. Langzeit muss ich mal gucken, wie es ist. Da werde ich nochmal, ja, Tests an mir selber ausführen. Ja, und werde euch dann die Resultate dann, ja, entsprechend wieder da oder da bieten, genau. Und ja, ansonsten der Sound, muss ich sagen, bis jetzt schon okay. Mir wurde gesagt, fünf bis sechs Stunden Einarbeitszeit, also hier musiktechnisch, muss man mal ergehen lassen. Okay, werde ich mal sehen. Aber für an und für sich schon mal einen sehr geilen Sound für so kleine Dinger. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Ach ja, heute Abend Livestream. Oder Abend möchte ich gerne ein bisschen Livestream wieder auf Hitbox. Und Battlefield 4. Battlefield 4 wird da sein oder am Start sein. Und ja, da seid ihr natürlich recht herzlich eingeladen, mir an meiner Seite zu kämpfen. Und es wird noch ein kleines, demnächst noch eine kleine Überraschung kommen. Also ich werde dann demnächst nochmal was euch aufrufen lassen. Oder andersrum, ich rufe auf zu einer kleinen, ja, wie sagt man dazu jetzt? Ne, ich möchte noch nicht so viel darüber verraten. Aber ihr werdet noch ein Infoviekel darüber bekommen. Und ja, es wird was Lustiges geben. Was Ernstes auch. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, lächerlich gezogen. Ja, aber wie gesagt, noch top secret. Heinz, nur vorweg, mein Bruder und ich, wir arbeiten gerade an was zusammen. So, mehr, aber auch nicht. Also hier möchte ich nicht so viel leaken. Gut, ansonsten, was gibt es noch für tolle Sachen? Was gibt es noch, was gibt es noch? Ja, Freitag, genau. Morgen ist ja schon Freitag. Morgen ist schon wieder die Bubble-Stunde. Ich habe einen ganz interessanten Gast eingeladen. Wir werden über einiges wieder reden. Und ich möchte morgen mal wieder ein paar von euch zum Wort kommen lassen. Das bedeutet, ihr könnt, wenn ihr zuschaut und wenn ihr meint, ihr habt eine schöne Kamera und ein schönes Mikrofon, also man versteht euch gut, dann schreibt es in die Kommentare. Oder hier bei Q&A. Darf ich mitmachen? Wenn ihr was Interessantes zu berichten habt, dann lade ich euch ganz recht herzlich ein, für eine gewisse Zeit da, ja, dabei zu sein als Gast. Und ich rede, glaube ich, schon wieder viel zu lange. Wir sind schon wieder bei sechs Minuten irgendwas, glaube ich. Aber es ist mir noch ganz, ganz wichtig zum Schluss noch zu sagen. Wie schon erwähnt, ich möchte, dass ihr noch interaktiver mit dabei seid bei der Bubble-Stunde. Das heißt, ihr dürft als Bubble-Gast, als Semi-Bubble-Gast, äh, ja, einschalten. Ah, ihr wisst schon. Ja, ich mache jetzt diesen Take nicht nochmal. Ich habe jetzt schon circa, nee, das ist mein zweiter Take. Stimmt, ich habe gerade überlegt, wie viele Takes ich mache, aber ich meine zweiter. Aber am ersten Mal ist die Kamera umgefallen, weil ich zu schnell in die Kurve gefahren bin. Ähm, ja, mein Auto packt es, aber die Kamera leider noch nicht, das ist die Halterung. Da bin ich noch nicht so ganz zufrieden, aber daran arbeite ich. Und ja, gut. In diesem Sinne, ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Ähm, gehabt euch wohl. Und ich wieder, ich bin und bleibe Ratzel. Ciao. Ihr könnt jetzt abschalten. Oh, die Kamera ist schon wieder. Das ist voll lustig. Okay, danke. Ciao.